Skandal! Rentenpräsidentin Rosbach lehnt Energiegeld für Rentner ab. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, Rosbach, ist gegen die Ausweitung der Energiepreispauschale der 300 Euro auf die Rentner, also auf ihre eigenen Schutzbefohlenen. Ich zitiere, viele Rentner können durch die hohe Rentensteigerung jetzt monatlich über einen ordentlichen zusätzlichen Auszahlungsbetrag verfügen, sagte Rosbach der Rheinischen Post am 9. Juli 2022 auf die Frage, ob die Bundesregierung hier nachbessern müsse. Rosbach verwies ferner darauf, dass ja ärmere Rentner ein höheres Wohngeld beziehen. Frau Rosbach sagte dann auch noch dazu, wir hatten jetzt gerade die höchste Rentenanpassung seit annähernd vier Jahrzehnten. Hierdurch wird die hohe Preissteigerung, die in diesem Jahr erwartet wird, deutlich abgemildert. Die Rentenerhöhung 2022 dient für die Bundesregierung und nun auch offensichtlich für Frau Rosbach als Rechtfertigung dazu, Millionen Rentenempfänger von der Energiepreispauschale herauszunehmen, auszuschließen. Viele Rentnerinnen und Rentner mit kleinen und mittleren Renteneinkommen sind schon heute kaum noch in der Lage, die gestiegenen Energiepreise zu stemmen. Im schlimmsten Falle, so die Prognosen, kann es zu einer Vervierfachung der Gaspreise kommen. Monatliche Zusatzausgaben von mehreren hundert Euro können dann die Folge sein. Das sind noch seriöse Annahmen. Im Worst-Case-Fall kann es sogar noch schlimmer kommen. Wir wissen es nicht. Was die Rentenpräsidentin hier sagte, muss für viele Rentnerinnen und Rentner wie Hohn und Spott klingen. Und dies aus dem Munde der Rentenpräsidentin mit einem sicher hohen Beamtengeld, vielleicht sogar aus der Besoldungsgruppe B, für die es überhaupt kein Problem ist, mal eben locker 300, 400, 500 Euro mehr an Energiepreisen, gestiegenen Energiepreisen monatlich zu zahlen. Und die sogar möglicherweise zum 1.9.2022 eben auf jene 300 Euro einen Rechtsanspruch hat. Ich hätte von Ihnen, Frau Rosbach, ein wenig mehr Feingefühl und vor allen Dingen als Beamtin Neutralität mit Ihren Meinungen als Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung in dieser gesellschaftlich so brisanten Frage erwartet. Ich fordere die Bundesregierung zum schnellen und entschlossenen Handeln auf. Und zwar gegen die drohende Massenarmut bei denjenigen Menschen in Deutschland, die sich die teuren Energiepreise nicht mehr leisten können. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel